Das erste Mal auf Pole im Karriere Club Deutschland. Es war mir von Anfang an klar, dass es schwierig wird gegen die erfahrenen Fahrer hinter mir, Dylan und Larry. Die sind dann natürlich auch ein bisschen über mich hergefallen in der ersten Runde. Hier ist ein kleiner Stein oder ein paar Steine vorne in den Kühler rein und da ist der Kühler geplatzt, dann verlierst du Wasser und wenn du dann natürlich mit hoher Geschwindigkeit irgendwo anbremst und direkt das Wasser auf deine Reifen kommt, dann kühlt der Reifen quasi sehr schnell ab und dann ist es wie wenn du auf Eis fahren würdest. Am Ende war es einfach fehlerfrei fahren und ich wusste dann, dass ich einfach vorneweg fahren konnte.